Gute und herzlich Willkommen zu einem weiteren FragCulture, eure Fragen, unsere Antworten, mein Name ist Nico Heimer, für alle die das nicht wissen und ich bin heute euer Kapitän, wenn man so will, auf diesem Flug nach, äh, tja, wo werden wir landen, das ist ein bisschen die große Frage heute, an dieser Stelle, sei gesagt, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert diesen Kanal, sehr, sehr gerne, darüber freuen wir uns sehr, ja, auch du, auch du und wenn ihr Bock habt, äh, schaut man im Calcio Shop vorbei, ähm, ja, es gibt schönen Merch oder zum Beispiel auch hier wunderbare Tassen, all sowas bei uns und wir arbeiten auch daran, dass da, äh, in den nächsten Monaten der nächste Drop, die nächste Kollektion kommt, Modeschöpfer Levinson, äh, und ich sind am Basteln und ich würde sagen, wir gehen rein, mit der Frage von Klein Fredius, gestellt im YouTube Community Tab, Service, 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 Alexis Sanchez, falls ihr euch wundert, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen von Stadion, mir geht's aber gut, ich bin gesund, Servus, Alexis Sanchez geht bei OM ja wieder so richtig auf, was mich für ihn persönlich extrem freut, bei welchen Spielen würdest du dir eine solche Wiederauferstehung noch wünschen, einer meiner Favoriten ist natürlich Eden Hazard, auch wenn ich nicht glaube, dass das noch wird, liebe Grüße, ja, Eden Hazard ist natürlich der Erste, der einen einfällt, wir hatten ja im Wahlkampf drüber gesprochen, ähm, ähm, dass das ein, ja, doch, beinahe, ups, da war mein Ton aus, ein beinahe, äh, beispielloser Absturz ist, ähm, der Art und Weise von absoluten Premier League Topstar innerhalb von drei Monaten so nix, done, finished, guckt, ähm, und, lustigerweise ist, äh, der allererste, der mir eingefallen ist, ist ein ehemaliger Teamkollege von Eden Hazard, einer, den wir, ähm, unlängst in Bundesliga-Gerüchten oder in einem Bundesliga-Gerüchten, in einem sehr heißen Gerücht gesehen haben, und, ähm, die meisten von euch werden vielleicht jetzt schon drauf gekommen sein, ich rede von Isco, ähm, Isco hatte Phasen in seiner Karriere und, äh, da rede ich vor allem so nach der, oder ich würde sagen zwischen 13, 14 und 17, 18, wo er regelmäßig an den 20 Scorern in der Liga gekratzt hat und wirklich aussah wie ein absoluter Magier auf dem Feld, äh, ähm, jetzt in einem Alter 30 Jahre alt, wo es immer noch möglich sein sollte, und das ist ja für mich ganz klar einer von diesen Spielern, wo ich es mir sehr wünschen würde. Klassische, ich glaube, relativ klassische Ansätze oder klassische Ideen, ähm, die ich noch hatte, sind, ähm, Kollege Coutinho, denn, ja, also ich meine, bei Barcelona ja durchaus auch phasenweise in Ordnung gespielt und, ähm, jetzt gerade läuft's nicht mehr so, aber, wenn man sich anguckt, was der bei Liverpool gemacht hat, ähm, auch wenn er in meinem Wahlkampf, wo ich ja den Case mir aus den Fingern saugen musste, weil ich dumm bin, äh, ich ihn etwas schlechter habe dargestellt, als er ist, aber das lag einfach nur daran, dass ich in dem Augenblick Panik hatte und, äh, Freestylen musste, ähm, ist das auf jeden Fall jemand, äh, äh, Coutinho, äh, Eden Hazard, ich habe natürlich auch an James Rodriguez gedacht, ähm, einfach weil das ein Spieler ist, der, ja, so spektakulär sein konnte in seiner, in seiner Prime, äh, der ja jetzt bei Olympiakos Pireos spielt und, ich finde, dessen Karriere ist schon wirklich krass, krass abgestürzt, auch wenn es mich für Pireos freut, ich finde es immer geil, wenn, äh, wenn es da so Truppen gibt, wo einige Legenden rumrennen, und ein Name, der mir einfällt von Spielern, die, ähm, die noch super jung sind, wo ich einfach sagen würde, es wird Zeit, dass der Junge wieder in seine Rolle kommt, ist halt ohne Witz Kai Havertz, es ist einfach frustrierend, Kai Havertz da so häufig als, äh, einzelne Spitze zu sehen und ich habe nochmal nachgeschaut, hat er die allermeisten Spiele bei Leverkusen in einer Zehner-Position gemacht, falls ihr euch erinnert, das war diese Roaming-Position, also er hat sich, hat auch sehr weit und sehr breit gespielt, hatte alle Freiheiten und war ein unglaublich toller Spieler anzugucken und auch wenn er jetzt ja wichtig ist für Chelsea und viel spielt, äh, finde ich, dass wir um den, um den klassischen Kai betrogen, betrogen werden, Classic Kai, und den würde ich gerne wieder sehen, und, ähm, aber, das ist nur so ein kleiner Nebengedanke, Isco wäre für mich hier der Kandidat, den ich als erstes nennen würde, auf die Frage von Klein Fredius. Äh, weiter geht's mit einer Frage aus dem Discord von Sparky, bekanntlichen Ehrenmann, Servus Nico, wie bewertest du die Gerüchte um Mavropanos zur Eintracht, wen könnte die SGE sonst noch, äh, für die Innenverteidigung holen? Wir haben ja so ein bisschen aufgehört, ständig Spieler zu empfehlen, ne, also dieses, wen könnte man sonst tun, das ist einfach so ein Gestocher aktuell im Nebel, man weiß überhaupt bei ganz vielen Spielern nicht, ähm, wie die, wie die, ja, wie es im Sommer aussieht, ne, und, äh, wie der Wechselwille ist, beim Mavropanos, wissen wir eine Sache, das Gerücht kam auf, direkt vor dem Spiel gegen den VfB, und, das ist für mich schon ein starkes Zeichen, dass das ein platziertes Gerücht war, vor allem, weil das bei der Eintracht nicht das erste Mal passiert ist, in, ähm, den letzten Monaten, ich erinnere an Skiri und Köln, ist halt eigentlich ein Move, den, ähm, den eher die, äh, so die Bayern machen, oder die Dortmunder, aber, ja, scheinbar jetzt auch, äh, die Eintracht. Mavropanos wird bewertet mit 15 Millionen Euro Marktwert aktuell, hat Vertrag bis 2025, die größte Verhandlungswucht, die man natürlich da entfalten könnte, wäre ein Abstieg des VfB, da machen wir uns nichts vor, dann wäre Mavropano wahrscheinlich relativ günstig zu haben, auch wenn ich der Meinung bin, und das ist jetzt nicht nachrecherchiert, aber ich glaube, dass Sven Missintat auf seinem, ähm, auf seinen letzten Mittagern beim VfB auch mal gesagt hat, dass die meisten Spieler mit, äh, Verträgen für die zweite Liga ausgestattet sind, aber Mavropanos ist, äh, was, 24, 25 Jahre alt, ist ein Spieler, der in meinen Augen gezeigt hat, dass er für größere Aufgaben bereit ist, und, ähm, ich glaube, für ihn ist das Beste, was ihm passieren könnte, ist, dass er nicht der Fixpunkt einer Defensive sein muss, wie er es beim VfB Stuttgart häufig ist, sondern wenn er dazukommt, und wenn es vielleicht schon einen Abwehrchef gibt, und Mavropanos daneben wachsen und lernen kann, ich glaube, das ist, ähm, eine Richtung, die sehr, sehr spannend für ihn sein könnte, und ich glaube, da muss man sich nicht vormachen, gibt es Vereine, die größer sind als Eintracht Frankfurt, die, ähm, diese Wette mit Konstantinos Mavropanos eingehen würden, ich glaube, der Gerüchteküche ist Atleti aufgetaucht, ist Inter aufgetaucht, und, ähm, ich halte einen Wechsel in dieser Größenordnung für ein bisschen realistischer, denn, das heißt, wenn der VfB absteigt, von was, wovon reden wir dann ablösemäßig? Zehn Millionen? Bestimmt immer noch, oder? Also ich glaube, ich wirklich, ich glaube, dass er immer noch zehn Millionen dann kostet. Und da sind wir in einem Bereich, Eintracht hat, äh, für William Pacho, von dem ich mir jetzt ein bisschen was angeschaut habe, den ich ganz toll finde, zumindest auf den Videos, neun Millionen bezahlt, hört man. Ich bin mir nicht sicher, ob man quasi bereit ist, für die neue Innenverteidigung, äh, für zwei neue Innenverteidiger 20 Millionen auszugeben. Das glaube ich sogar, ehrlicherweise fast nicht. Ich glaube, dass das ein guter Fit wäre, und dass Mavropanos auch gut zur Eintracht passen würde, bla bla bla, aber ich glaube nicht, dass man das bereit wäre zu tun. Und deshalb würde es mich, deshalb? Ist das richtig? Ja, ich sage, deswegen, weil immer, deswegen, deswegen, deshalb ist richtig. Ihr habt mich, you got me fucked up. Ähm, deshalb glaube ich, dass Mavropanos zu einem Verein geht, der eine Etage über der Eintracht ist, auch wenn ich ihn absolut gerne sehen würde. Tota SGE fragt, gute, momentan sieht es stark danach aus, dass Union und oder Freiburg die Champions League erreichen. Daher habe ich die Frage, inwiefern diese beiden Klubs das Transferverhalten und die Kader verändern wird. Und ob es nicht mal Zeit wird, nächste Saison höhere Ziele auszusprechen. Grüße aus Seizenhahn. Guck mal an hier, liebe Grüße zurück nach Seizenhahn. Ähm, ist natürlich ein Vorort von Wiesbaden, auch wenn das nicht ganz stimmt, gehört ja zu Taunestein. Ähm, ja, das ist interessant, weil... Ich glaube, dass wir bei den beiden Vereinen, Freiburg und Union, sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweise da erleben könnten. Ich glaube, Union hat Bock auf große Namen. Sonst wäre die Isco-Geschichte so nicht gelaufen, wie sie gelaufen ist. Union hat, glaube ich, Bock auf große Namen. Gehen wir aber erstmal nochmal einen Schritt zurück. Oder einen Schritt an den zweiten Teil der Frage. Wird es nicht Zeit, die Zielsetzung zu ändern, hast du da gesagt, ne? Höhere Ziele auszusprechen. Wenn du Transfers meinst, dann ist das in Ordnung. Wenn du sportlich meinst, also was sollen die denn machen nach Champions League? Soll Freiburg morgen, äh, nächste Saison sagen, wir werden Meister? Wäre wahnsinnig. Und dasselbe geht für Union. Von daher würde ich dagegen gehen und sagen, wenn es um Transfers geht, jo, können wir drüber reden. Aber, ähm, wenn es um sportliche Ziele geht, dann... Achso, die haben natürlich jetzt nicht gesagt, dass sie dieses Jahr Champions League spielen wollen. Also quasi, man könnte sagen, dass sie nächstes Jahr dann sagen, wir wollen wieder in den Champions League. Ja, das kann sein. Ähm. Aber bei den Transfers wird spannend. Ich glaube, Union Berlin hat Bock, wie gesagt. Ich glaube, die haben Interesse an großen Namen. Ich glaube, die haben Interesse daran, in Europa bekannter zu werden. Ein Name zu sein. Eine Marke zu sein. Mit dem, was Union ausmacht. Mit dem, wie, ähm, wo sie Fußball spielen. Dieses Stadion. Das einfach ein tolles Stadion ist. Ich habe es gestern ja wieder erlebt. Es ist, am Sonntag für euch. Es ist einfach geil in der alten Förstererei. Es ist ein super Stadion. Und ich glaube, ähm, dass... Ja, ich denke, dass die Interesse daran haben, sich selbst noch bekannter zu machen. Und das könnte man über große Transfers machen. Der erste Freiburg auf der anderen Seite. Da sehe ich kein bisschen, wie da irgendein Spieler reingeholt wird, der ein großes Ego mit sich bringt. Und... Aber das heißt, ein großes Ego ist vielleicht der falsche Begriff. Denn große Egos können durchaus was Positives sein. Aber ich sage mal, ein Star oder Stars, die, glaube ich, nicht wird Freiburg holen. Wir erinnern uns. Ich glaube, der Rekordtransfer ist immer noch Baptiste Santa Maria. Ist ja auch schon wieder weg. Ähm, aber der hat 10 Millionen gekostet. Und Plug and Play, man war sich nicht mal sicher, in Freiburg, ob der Mann sprechen kann. So wenig hat der irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Aber war Rekordtransfer und hat geliefert. Und ich glaube, bei Freiburg würden wir more of the same sehen. Im Sinne von gut ausgesuchte Systemspieler, die reinpassen. Und da könnte es ja durchaus auch sein, dass da innerhalb der Bundesliga-Transfers getätigt werden, von denen man aus heutiger Sicht oder aus Sicht vor dieser Saison sagen würde, das ist ein Star-Transfer für den SC Freiburg. Ähm, ich habe da jetzt kein konkretes Beispiel. Aber ich glaube eher, dass wir bei Freiburg sehen werden, dass der Kader durch Spieler aufgepolstert wird, wo man bei keinem einzigen sagen würde, das ist ein Superstar-Transfer. Während bei Union ich mir vorstellen könnte, dass da ein, zwei große Namen an Land gezogen werden. Oder dass man es zumindest versucht. Nächste Frage kommt von tiefgründiges Zitat. Ähm, Servus Nico. Wie sehr würdest du dich auf einer Skala von 1 bis 10 über eine Meisterschaft von BVB freuen? Selbst als Bayern-Fan muss ich anerkennen, dass dieser Titel für Dortmund in dieser Saison möglich ist. Was mich interessiert, ist Folgendes. Fühlt sich eine Meisterschaft für Dortmund, für alle Nicht-Dortmund- und Nicht-Bayern-Fans tatsächlich so viel besser an. Klar, ein anderer Meister. Finanzielles Dortmund dennoch auch vom Rest der Liga außer Bayern entfernt. Und das Union Frankfurt-Befühl bekomme ich da auch irgendwie nicht. Fände einfach spannend. Vielleicht unterschätze ich das auch einfach. Liebe Grüße. Ich glaube, du schätzt es ein bisschen. Und das verstehe ich als Bayern-Fan. Also, ne, dass man das dann unterschätzt. Ist scheißegal, ob Dortmund der Liga auch finanziell und alte sind. Immer noch näher dran als die Bayern. Es geht darum zu zeigen, dass hier jemand anderes Meister werden kann. Es ist eine Katastrophe für die Liga, wenn immer nur die Bayern-Meister werden. Also, klar, wenn die Eintracht-Meister wird und das wäre dann 10 von 10 auf dieser Skala 1 bis 10, dann muss ich Dortmund, keine Ahnung, bei 5 ansetzen. Aber damit du eine Relation hast, dann ist Bayern-Meisterschaft bei 0,5. Wenn wir sagen, Eintracht-Meisterschaft ist so unrealistisch, es kommt gar nicht auf diese Skala drauf, dann ist es eine 8 oder eine 9. Auf jeden Fall. Wir wünschen uns es so bitterlich seit Jahren, wenn ihr unsere Bundesliga-Prognosen bei OneFootball, bei Culture Berlin durchguckt, wir wünschen es uns seit Jahren. Es nervt, es ist brutal langweilig. Es ändert ja nichts daran, dass hier Bayern die beste Mannschaft in Deutschland sind. Niemand sagt danach, oh, jetzt ist Wachablösung, jetzt ist Dortmund hier die Nummer 1. Keine Sau sagt das. Aber es wäre einfach wichtig, dass die Bayern mal nicht Meister werden, auch damit man diese Liga weiter ernst nehmen kann. Und damit es Hoffnung gibt für andere Vereine, damit Vereine sich einreden können, dass sie den Dortmund-Weg gehen können und dass sie irgendwann die Bayern fällen können. Und deswegen, ja, ich würde das sehr, sehr hoch bewerten und würde wirklich mit ganz viel Nachdruck dem tiefgründigen Zitat sagen, ganz Deutschland wünscht sich, dass Bayern nicht Meister wird. Wirklich, wirklich. Du machst dir keine Vorstellung als Bayern-Fan, glaube ich. Es ist nicht mehr auszuhalten. Jonathan Willowald fragt, Servus, Nico. Bochum kommt mit dem überraschenden Sieg gegen Leipzig drei enorm wichtige Punkte ein. Ein Fahrrennen, Nico Heimer. Das Tor fiel dabei nach einem Abstauber. Junge, Junge. Dazu zwei Fragen. Schafft Bochum den Klassenerhalt oder rutschen sie am Ende doch noch auf einen Abstiegsplatz? hat Leipzig, nachdem Haarland schon fünf Abstauber gegen sie reingemacht hat, ein Problem, Abpraller zu verteidigen. Liebe Grüße aus der österreichischen Hauptstadt. Weiß nicht, ob das alles Abpraller waren bei Haarland. Einige waren es, aber war der erste nicht ein Elfmeter. Elbe Abpraller. Naja. Bochum. Das war natürlich unglaublich big. An dieser Stelle empfehle ich euch gerne nochmal 50 plus 2, den Podcast, den ich mit Niklas mache. Da haben wir auch drüber gesprochen. Es war unglaublich riesig. Vor allem, weil das eben Punkte sind, die du nicht eingeplant hast. Da hat niemand vor dem Bochum-Spiel draufgeschaut und hat gesagt, in unserer Planung zu Saisonende und in unserem Plan, so retten wir den VfL, hat niemand gesagt, Sie gegen Leipzig ist jetzt dabei. Und deswegen sind das extra Punkte und die sind süß und die sind saftig. Ob es am Ende reicht, es ist einfach, es macht keinen Sinn, da gerade Prognosen abzugeben. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Die Liga ist so brutal eng hinten drin. Ist so, ich meine, vor diesem Spieltag war die TSG 18, jetzt sind sie auf keinem direkten Abstiegsplatz mehr. Oder? Und Schalke ist wieder hinten drin. Es geht so schnell. Klar, man hat aber jetzt, bei Bochum halt wirklich, ist komplett in der eigenen Hand. Und das ist brutal viel wert. Man kann den 1. FC Köln unter Druck setzen. Und dann ist man irgendwann auch in einem punktetechnischen Bereich unterwegs. Man hat jetzt glaube ich 25. Wenn man irgendwann an der 30 kratzt, dann könnte ich mir vorstellen, dass es reicht in dieser Saison. Aber ich werde mir da jetzt keine Prognose rauslassen für den Rest des Abstiegskampfs. Das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Es ist einfach zu eng. Und Abpraller verteidigen bei Leipzig ist mir erstmal scheißegal. Aber B ist natürlich, zweite Bälle verteidigen, eine ganz klare, eine Willensfrage. Eine Kopffrage. Eine frische Frage. Zweite Bälle muss man wollen. Das ist, es gehört Glück dazu. Und es gehört Glück dazu. Aber vor allem muss man es wollen. Und wenn eine Mannschaft es nicht schafft, Abpraller zu verteidigen und regelmäßig darüber Tore kassiert, dann hat die Mannschaft entweder ganz, ganz viel Pech oder es mangelt ein bisschen an der Einstellung. Und von daher würde ich sagen, kann es durchaus sein, dass sie da ein tiefliegenderes Problem haben. Allerdings fand ich das Spiel gegen City einigermaßen freaky. Da würde ich jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Und jetzt dieses Spiel, ja. Ich meine, das Tor hat man halt trotzdem kassiert. Defensiv ist diese Problematik also definitiv da. Auf der anderen Seite hat der Leipzig in dem Spiel auch genug Chancen, um dieses Spiel auszugleichen, wenn nicht zu drehen. Und wenn sie das machen, redet halt keiner darüber, dass die Schwächen haben, zweite Bälle zu verteidigen. Aber ja, es ist eine Mentalitätsfrage, definitiv. Fritzi fragt. Bonjour. Monsieur Heimer. Ist das richtig geschrieben? Monsieur? Monsieur? Wie siehst du zweiten Mannschaften vom Bundesligisten in Liga 3? In FM eine Last. Im echten Leben eine Möglichkeit, jüngeren Spielern eine Chance zu geben, auf Profilniveau Spielpraxis zu sammeln. Jedoch ist da noch das Dilemma, dass sie nicht aufsteigen können. Beispiel Bayer 2 oder voraussichtlich auch Freiburg 2. Und so entstehen überflüssige Dilemma der Verschiebung, der Aufschießränge. Zweite Liga. Kurze, lange Rede, kurzer Sinn. Zweite Mannschaften in Liga 3. Top oder Flop. Grüße aus dem schönen Braunschweig. Liebe Zurück, Grüße zurück, lieber Fritzi. Ja, ist ja kein neues Thema. Und ich glaube, wir haben darüber auch schon ein paar Mal gesprochen. Für die großen Vereine ist es toll, die dritte Liga zu haben und ihre Zweitvertretung in der dritten Liga zu haben. Für den SC Freiburg ist, dass bei Verpflichtungen von jungen Spielern, wenn es darum geht, Leuten eine Perspektive aufzuzeigen, können die halt aktuell sagen, ey, du spielst bei uns in der zweiten Mannschaft und die spielt auf Zweitliganiveau. Kannst du ja mit Fug und Recht sagen, wenn du am Ende Erster wirst und dann nicht aufsteigst aufgrund der Regularien. Zweitens ist es ja vollkommen richtig, dass Vereine nicht aufsteigen können. Es wäre Wahnsinn, wenn zweite Mannschaften in der zweiten Liga spielen könnten, einfach weil die erste Liga auf Sicht auch so viel mehr Geld abwirft, dass das dann dazu führen würde, dass wir sehr, sehr viele Zweitvertretungen in der Liga 2 erleben würden und das ist wirklich absolut witzlos. Von daher ist das schon gut. Wie gesagt, für die großen Vereine ist es toll, diese Möglichkeit zu haben, Spielern eine Perspektive aufzuzeigen, dass sie auf einem Niveau spielen können, das sie definitiv weiterbringt in ihrer Entwicklung. Gerade bei jungen Leuten. Auf der anderen Seite ist es natürlich nervig, dass man auf diese Drittliga-Tabelle schaut und wir gucken jetzt mal live drauf, der SC Freiburg, wie gesagt, ja, fett drin im Aufstiegsrennen. Ja, also Elversberg vorneweg, dann Freiburg, dann Wien-Wiesbaden und die nächste Zweitvertretung ist dann auch schon erst Borussia Dortmund, weil mich nicht alles täuscht, die dort relativ weit oben unterwegs sind. Prinzipiell kann ich sagen, ich bin kein großer Fan von der Geschichte mit Zweitvertretungen in der dritten Liga, denn ich bin der Meinung, dass es im Zweifel auch da immer nur den größeren Vereinen hilft, die, die es sich leisten können, die, die es sich leisten wollen und ja, es nimmt halt dann im Zweifel Plätze anderer Vereine weg. Auf der anderen Seite, es ist ja komplett legitim, dass es Zweitvertretungen gibt, zweite Mannschaften, dritte Mannschaften, vierte Mannschaften, das kennt ihr ja von euren eigenen Vereinen, die gibt es überall und man muss sich halt überlegen, wo wäre dann der ideale Punkt, um das zu deckeln, wo man quasi sagt, höher dürfen sie nicht. Ist es dann Regio? Keine Ahnung. Ist ein schwieriges Thema. Ich bin mir ganz sicher, dass die Vereine, die Zweitvertretungen haben, sehr stark dahinterher sind, dass die dort bleiben, wo sie sind und ich glaube auch, dass sich nichts ändern wird, weil es eben zu wichtig ist für die großen Klubs. Für die Vereine in der dritten Liga ist es halt echt seltsam, wenn du dir dann überlegst, okay, Freiburg ist jetzt Zweiter und die kannst du einfach komplett rausrechnen aus diesem Aufstiegsrennen. Das ist schon ja, nicht so richtig geil und eine Lösung habe ich dafür trotzdem nicht. Vielleicht wäre es tatsächlich zu sagen, nur bis Regio, dann hast du aber das Problem eigentlich auch nur eins nach unten verschoben, Bottleneck Regio mit dem Aufstiegsduell, mit dem Aufstiegskampf. Ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Ist ja auch sehr, sehr schwierig. Ob da dann sich was verschiebt dadurch, keine Ahnung. Aber ja, also es ist nicht toll mit den zweiten Mannschaften in der dritten Liga. Ich verstehe aber, warum es aus Sicht vieler Vereine notwendig ist und ich glaube nicht, dass wir da eine Veränderung erleben werden. Dass die Dude fragt, Xabi Alonso macht bei Leverkusen zuletzt echt gute Arbeit und sie stehen jetzt auf Platz 8. Ist es möglich, dass die Werkself sich noch für Europa qualifiziert und glaubst du, dass Alonso als Trainer für Größeres bestimmt ist, zum Beispiel Real Madrid, Größe aus der Nachbarschaft von Manuel Neuer? Das ist scheinbar hier das neue Ding, dass wir die Grüße von da, ja, einfach hier Grüße ausgerichtet werden. Mir kommen noch ein paar schöne nachher. Jetzt muss ich hier mal kurz gucken. Sorry, Nikas hat mich was gefragt, da muss ich antworten und ihr seid dabei. Bei Calcio Berlin wird Büroarbeit geleistet. So, Xabi Alonso. Natürlich können die sich für Europa qualifizieren. Die sind doch einfach komplett drin. Die machen doch Jagd auf die Eintracht. Wir gucken, Eintracht auf Platz 6, bekanntlich Europa League. 40 Punkte, Bayer Leverkusen 37, wir haben den 25. Spieltag. Ja, also, da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Leverkusen kann, also, ich mache mir keine Sorgen um Leverkusen, um die Eintracht mache ich mir sehr, sehr viele Sorgen. Leverkusen kann komplett in die europäischen Plätze vorstoßen, ist ja auch in Topform. Bayern geschlagen, also 100%. Und Xabi Alonso, ich glaube, wir haben darüber gestern im kurzen Stream geredet, da habe ich dasselbe schon mal gesagt. Ich glaube absolut, dass Xabi Alonso für Größeres berufen ist. Und ich glaube, dass Xabi Alonso nicht die Größe an Sample Size braucht, die andere Trainer brauchen, bis er dieses Angebot bekommt von größeren Vereinen. Denn er war, es war einer von den Jungs, wo man als Spieler schon sagen konnte, ein unglaublich intelligenter Spieler, ein, der verlängerte Arm des Coaches auf dem Feld, jederzeit gewesen, On-Field-Coach, was auch immer man dafür Worte nutzen will, aber genau das war er. Und ich glaube, wir sehen gerade, dass er auf dem Weg ist, ein guter Trainer zu werden. Wenn man spanischen Berichten glauben darf, hat er viel gelernt zwischen diesen Etappen, macht jetzt Dinge besser, die vorher nicht gut funktioniert haben bei ihm. Und ich denke, er wird noch eine Saison bleiben, aber es würde mich nicht wundern, wenn im Sommer Gerüchte um ihn auftauchen. denn er ist, glaube ich, vom Gesamtpaket, auch neben dem, was sportlich, was er mit sich bringt, glaube ich, eine der attraktivsten Geschichten oder Optionen, die man aktuell so auf dem Trainermarkt haben kann. Unglaublich charmant, gut aussehend, jeder mag Xabi Alonso, außer vielleicht Milan-Fans und könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, gerade Real Madrid, du hast gesagt, dass da auf sich der Name Xabi Alonso irgendwann auftaucht. Die nächste Frage kommt von Chick. Moin, Nico. Mich würde deine Meinung, ach du Scheiße, zu der durchaus emotionalen Pressekonferenz von Antonio Conte interessieren. Ist das nur heiße Luft aus den Emotionen heraus oder müssen sich die Spurs wirklich von Grund auf neu strukturieren, um Erfolge einfahren zu können? Grüße aus Hamburg. Wir gucken, wir machen das Zitat nochmal auf. Das war ja wirklich Wahnsinn, was er da vorgestern von sich gegeben hat. Da merkt man auf jeden Fall, dass er nicht glücklich war. So, wir gucken. Antonio Conte hatte am Wochenende nach dem 3 zu 3 bei Southampton gesagt, er sehe Spieler, die egoistisch sind, die sich nicht gegenseitig helfen. Man kann den Trainer wechseln, aber die Situation wird sich nicht ändern. Tottenham's Geschichte ist die folgende. 20 Jahre gibt es diesen Besitzer und man hat nie etwas gewonnen. Warum? seit, ja, man hat glaube ich den Liga-Pokal gewonnen einmal, ne? Und es ist ja wahr, Tottenham gewinnt nichts. Tottenham ist regelmäßig in Positionen, Dinge zu gewinnen und macht dann zu wenig draus. Er hat noch weitergemacht mit, liegt der Fehler nur beim Verein oder bei jedem Trainer, der hier arbeitet? Ich habe die Trainer gesehen, die bei Tottenham auf der Bank saßen und man riskiert, die Figur des Trainers zu zerstören und die andere Situation und die andere Situation in jedem Moment zu schützen. Bis jetzt habe ich versucht, die Situation zu verbergen, aber nicht jetzt, denn ich wiederhole, ich will sehen, was ich heute gesehen habe. Junge, was ist das für eine Übersetzung von Transfermarkt? Ich lese euch das mal vor. Liegt der Fehler nur beim Verein oder bei jedem Trainer, der hier arbeitet? Ich habe die Trainer gesehen, die bei Tottenham auf der Bank saßen. Man riskiert, die Figur des Trainers zu zerstören und die andere Situation in jedem Moment zu schützen. Bis jetzt habe ich versucht, die Situation zu verbergen, aber nicht jetzt, denn ich wiederhole, ich will nicht sehen, was ich heute gesehen habe, denn das ist inakzeptabel und auch inakzeptabel für die Fans. Schwierig, ne? Schwierige Übersetzung. Klar ist aber, Art Junio Conte ist einfach off the rails gegangen, Vollgas gegeben und gesagt, in diesem Verein stimmt nichts, wir haben hier eine Losers-Mentality, hier wird nichts gewonnen, seit 20 Jahren gibt es diesen Besitzer, seit 20 Jahren wird es nicht besser, ihr könnt sagen, die Trainer sind schuld, ich war hier, Conte, ich bin ja Conte, Pochettino war hier, wer nicht alles es hier versucht hat, keiner hat es geschafft, ihr könnt sagen, die sind alle falsch oder ihr könnt sagen, vielleicht liegt es am Verein und während ich mich, ja, ich glaube, es gibt sowas wie eine Verlierer-Mentalität, die in einem Verein vorherrschen kann, das glaube ich. und das wird ja auch dann irgendwann eine Prophezeiung, die sich selbst erfüllt, immer mehr, immer häufiger, Champions-League-Finale gegen Liverpool, du denkst, das ist der große Moment, jetzt durchbrechen wir den Fluch, Batsch, verloren, sagen und klanglos, schlecht ist das Finale seit langem. Ich glaube, dass es sowas gibt. Ich glaube aber trotzdem, dass eine, was heißt denn, sich von Grund auf neu aufstellen, wie jetzt hier auch die Frage von unserem lieben Chick, was würde das denn bedeuten? Ich bin mir ganz sicher, dass bei Tottenham hochprofessionelle Strukturen vorherrschen. Auf dem Trainingsgelände hat man ja auch bei, wie hieß das, Inside Out Tottenham, was auch immer, egal, die heißen alle gleich, das von Amazon. Die haben ein neues Stadion, die haben in Phasen, oder in Phasen, in Teilen ihres Kaders, absolute Weltklasse-Spieler, aber es ist ja kein Weltklasse-Kader, von daher kann man auch da vielleicht nochmal ansetzen. Und was sollst du da dann überdenken? Ja, ich glaube, die Transferpolitik von Tottenham ist natürlich im Verhältnis zu den anderen Top-Vereinen in England eine eher konservative. Man wagt nicht ganz so viel und man gewinnt auch nicht ganz so viel. Von daher kann man da, glaube ich, einen berechtigten Kritikpunkt finden und sagen, ja, hier, man gibt weniger aus, man versucht nicht mitzuhalten in diesem gigantischen Gate-Ausgabekonzert, das ist ja auch eine ordentliche Sache, aber man hat eben keinen Erfolg. Aber was würde es denn bedeuten, neu aufzustellen? Heißt das jetzt, neue Besitzer, dann müssen wir auch bei Tottenham 100 Millionen pro Transferfenster ausgeben? Weil ja, kann man machen und vielleicht kommt dann der Erfolg. Es ist halt die Frage, ob man das möchte und das ist halt, ja, also Tottenham hat, glaube ich, alles gemacht, was sie tun können, um erfolgreich zu sein, ohne das ganz große Geld auszugeben. Denn auf diesem Niveau brauchst du absolute Wunder, um ohne diese riesigen Ausgaben was zu gewinnen. Das ist halt leider inzwischen so. Und um Kai Dickmann zu zitieren, wenn das das ist, dann, also wenn das diese Umstellung ist, wenn es heißt, okay, wir müssen einfach auch splashen wie die Bekloppten, dann kann es sein. Ja, kann durchaus sein, dass Tottenham diesen Schritt gehen muss zu sagen, wir wollen ein Top-Team sein, wir müssen jetzt auch ausgeben wie ein Top-Team. Aber ich glaube nicht, dass du diese, oder ich glaube nicht, dass du, wenn du jetzt nächstes Transferfenster hingehst und 150 Millionen ausgibst, dass du dann automatisch erfolgreich wirst. Das ist halt einfach ein Prozess und ich glaube, Tottenham hat auch seinen Peak, das beste Tottenham in den letzten 20 Jahren, das liegt jetzt ein paar Jahre zurück und man muss das jetzt wieder da hinbauen. Ich glaube, Tottenham ist nicht so ein organischer oder so ein, im Selbstverständnis, ein Spitzenteam wie die anderen. Sondern bei Tottenham muss über einige Jahre vieles sehr gut laufen, um dann in der Spitze angreifen zu können und ich glaube, da ist man gerade nicht mehr und ich glaube, da kann man wieder hinkommen und vielleicht ist die Antwort dann Geld ausgeben. Aber was soll man sonst umstrukturieren? Tottenham ist auf allen anderen Ebenen auf Top-Level. Aber die Premier League, die Champions League und das sind die Wettbewerber, über die wir hier reden und das haben wir schon ein paar Mal gesagt, es ist halt nichts anderes mehr als ein finanzielles Weitpissen. Du musst viel Geld ausgeben, wenn du nicht unglaubliches Glück hast, unglaubliches Personal hast, dann musst du ausgeben wie bekloppt. Denn du willst am Ende mit Manchester City mithalten, mit Newcastle. Die werden von Ländern gesponsert. Die geben eine halbe Million aus, halbe Milliarde aus in einem Transferfenster. Das ist denen scheißegal. Du willst mit Chelsea mithalten. Und ja, dann ist es eben, dann ist das die Veränderung, dass man richtig Kohle raus haben muss. Bommel44 fragt, denkst du, dass der AC Milan in dieser Saison überraschen könnte? Sorry Leute, seit gestern Stadion ist mein Gehirn noch nicht wieder zurückgekommen. In zwei Spielen gegen Napoli kann man als Underdog weiterkommen und gegen Inter Benfica ist man auf Augenhöhe. Ich fände es unglaublich schön, Milan wieder ganz oben zu sehen. Also Bommel spricht dann hier von einem Champions League Triumph. Denkst du, sie können in dieser Champions League Saison überraschen? Ich meine, ja. Frage ist ja, was ist die Überraschung, wenn man, also was ist eine Überraschung, wenn man vom amtierenden italienischen Meister redet? Ich finde, da ist, ein tiefer Run in der Champions League sollte da immer möglich sein, aber gemessen an den letzten Jahren, ist es absolut richtig, wäre das eine Überraschung. Und ich glaube auch, dass man Napoli schlagen kann, warum nicht? Ich hätte, ich glaube Napoli ist der Favorit, das hat gute Gründe und gegen Inter und Benfica ist man auf Augenhöhe, ist absolut richtig. und es ist ja eh spannend, dass man diesen unteren Tree jetzt hat, wo eben Napoli, Milan und Inter-Benfica spielen, denn eine von diesen vier Mannschaften wird im Champions League Finale stehen. Und das finde ich eigentlich ganz charmant, klar, oben hauen sich die großen Jungs auf den Dez, aber das ist halt so. Und ich traue es Milan absolut zu, wenn du mich aber jetzt fragen würdest, von diesen Vieren, dann wäre es Napoli, wäre Napoli die Mannschaft, bei der ich sage, die haben die größte Chance, da rauszukommen. Freuen wird es mich allerdings auch und wir sind ja, wir sehen ja bei Milan durchaus einen Aufschwung in den letzten Jahren, auch wenn es jetzt diese Saison zwischenzeitlich Rückschläge gab, sehen wir ja wieder eine Entwicklung in Richtung hin, europäischer Spitze. Und ich fände es auch mega geil, ich fände es geil, auch wenn Zlatan nochmal spät die Chance bekommen würde, ich sage mal, Teil eines Champions League Finals zu sein. Allerdings, wer auch immer aus dem oberen Bracket kommt, ist natürlich der Favorit in diesem Finale und ich glaube, dass wenn Milan bis dahin kommt, man viel Glück bereucht, um den Champions League auch zu gewinnen, aber Arm hier voll, gar keine Frage. Zwei Fragen machen wir noch, vielleicht auch drei, nee zwei. Fabian Ratt gefragt, das Spiel gegen Wolfsburg hat in Stuttgart dafür gesorgt, dass die Stimmung bei den Fans gekippt ist. Es sind noch ein paar Spieltage Zeit, dennoch fühlt sich aktuell nichts danach an, als könnte Labbadia und der VfB den Bock noch umstoßen. Denkst du, der VfB hat noch realistische Chancen auf den Klassenerhalt und sollte er beim Trainer noch mal aktiv werden und etwas ändern, Grüße aus dem Schwabenland. Ja, das ist leider echt so, also, dasselbe gilt übrigens, was ich vorhin bei Bochum gesagt habe, nur halt jetzt im Negativen. Es ist brutal eng da unten. Klar, der VfB ist jetzt gerade letzter, aber der VfB ist zwei Punkte hinter einem Nicht-Abstiegsplatz. Das muss man ganz klar so konstatieren, da muss man sich vergegenwärtigen und sagen, ey, noch ist hier nichts verloren. Ich verstehe aber auch komplett, warum es sich so anfühlt. Und ich meine, wir haben gehört, was Sven Mislintat über die Verpflichtung von Labbadia gesagt hat, aus seiner Sicht, und er ist immerhin derjenige, der diesen Kader zusammengestellt hat. Und da kann man ihm durchaus Vorwürfe machen, denn der Kader scheint ja zu schwach zu sein, um in der Bundesliga im gesicherten Fahrwasser unterwegs zu sein, auch wenn ich mich fast etwas weigere, das zu glauben. Ich glaube einfach, der VfB performt chronisch unter. Und ich kann mir absolut vorstellen, dass man in Stuttgart nochmal an der Trainerstellschraube drehen wird. Und man muss es ja dann irgendwann machen. Man muss ja. Wie gesagt, es sind nur zwei Punkte. Wenn Labbadia jetzt noch zweimal, zwei Spieltage, einen Unentschieden holt, verliert oder was auch immer. Wenn nicht alles gegen den VfB läuft, und ich weiß ja gerade das Stuttgarter Programm gar nicht, ich gucke mal, wen die als nächstes haben. Die Bundesliga-Seite liefert da immer wieder absolut katastrophal. Union und Bochum. Lass sie gegen Union spielen, lass sie verlieren, und dann wird das Thema Labbadia schon heiß werden. Denn gegen Bochum sollte man dann dringend Punkte holen. Dringend, dringend Punkte holen. Und alleine, weil es eben, auch wenn es sich gerade verzweifelt anfühlt, noch absolut möglich ist, wird der VfB jedes Register ziehen. Und dann wird auch nochmal am Trainer, wird auch nochmal die Patrone genommen und nochmal gefeuert. 100 Prozent. Ich kann es mir ganz klar vorstellen. Es wäre der vierte VfB-Trainer dann in dieser Saison. Das ist, glaube ich, nicht das, was man sich ja vorgestellt hat. Aber man muss tun, was man tun muss für den Klassenerhalt. Und ja, ich kann es mir vorstellen und ich bin sehr gespannt, wen die sportliche Führung dann daraus den Mut zaubern wird. Subkultur Seibay, hervorragender Name. Hi Nico, du hast dich ja öfter gegen den Videobeweis ausgesprochen. Wie bewertest du positive Erfahrungen mit dem Videobeweis, wie jetzt zum Beispiel bei den Elfmetern für Leverkusen gegen Bayern? Gruß aus Wien. Ja, gut. Gut ist, dass es auch mal Beispiele dafür gibt, wo das Ding seinen Job macht. Dafür ist es ja da. Also, ich kann mich hier nicht hinsetzen und sagen, geil, Job gemacht. Ganz im Gegenteil, ich finde, das Einzige, was diese Situation in Leverkusen aufgezeigt hat, ist das nächste Problem, das der deutsche Fußball hat, das Schiedsrichterproblem. Stieler, mit der No-Shoulder, der den Arsch gerettet bekommt vom Videobeweis. Das ist aber nur das nächste Problem. Also, ich kann mich hier nicht hinsetzen und sagen, das ist eine gute Sache. Ich werde jetzt nicht sagen, oh ja, habt alle recht, weil hier zweimal richtig entschieden worden ist, vom Videobeweis bin ich jetzt dafür. Das soll das Ding ja machen. Und das sollte nicht der Redewert sein, richtige Entscheidungen. So ist es. Dafür ist es da. Dafür gucken wir uns das Zeug nochmal an. Von daher bewerte ich die als richtige Entscheidung. Und das war's. Das war's für heute von diesem Q&A. Ich hoffe, ihr seht mir nach, dass ich ein bisschen malat im Hirn war. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir haben knapp über eine halbe Stunde gemacht. Also, nicht die 45 Minuten, die wir manchmal von mir jetzt, die ihr manchmal von mir bekommen habt in den letzten Monaten. Das war's von mir für heute. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut.